Musik 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 Dadurch, dass ich in dem Moment etwas mit meinem Radcomputer beschäftigt war, was ich eigentlich auch in dem Moment auf dem Track auch gesagt hatte, aber wie es dann manchmal so ist, ist mir dummerweise genau diese Tonspur hingekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ihr habt trotzdem sehr viel Spaß mit diesem Video und bis dahin. Ihr Spaß! Musik 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 Ich weiß, dass es eine Zuckerbombe ist, aber ganz ehrlich, ist heute mal egal. So, erster Pass geschafft. So, jetzt geht es nach Seesen. Immer noch Landkreis Gos... So, der Regen hat mich heimgesucht, aber... Scheißegal. A, werde ich auf dem Campingplatz eh duschen. Du musst halt nur, ich habe meine Ersatzbrille im Auto und das Auto ist überall auf der Autobahn. Ich weiß es. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, mittlerweile sind wir im Landkreis Götting angekommen Bin ich gerade echt froh drüber Ich muss noch mal kurz gucken, wo wir jetzt hier sind Ich hoffe, es ist nicht mehr ganz so weit, weil so langsam uns ehrlich reicht es Ich bin eben so weit, wenn ich jetzt hier bin, so weit ich am Abend Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Superhero, can I be your superhero? Superhero, can I be your superhero? Superhero, can I be your superhero? Somit geht dann auch ein ereignisreicher Tag zu Ende. Ja 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 Da Du Ja, ich weiß, es ist aber schön, wenn man immer gucken muss. Wenn man einfach von der Hintern wehtut. Das ist ein Sonnenschein. 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 Das war's für heute. Das war's für heute.